So wirst du kein Meister, denn wenn du solche Spiele nicht gewinnst gegen 10 Stuttgarter, dann hast du es auch nicht verdient am Ende der Saison Meister zu werden. Denn genau das ist heute bei Borussia Dortmund passiert. Sie führen 3 zu 2 nach einem Treffer in der 93. Minute und dann verlieren sie das Ding noch mit einem Gegentreffer zum 3 zu 3 in der 96. Minute nach einem Fehler von dem neuen Innenverteidiger bzw. dem Youngster Koulibaly. Und ich sage euch ganz ehrlich, so kannst du nicht Meister werden. Borussia Dortmund spielt eine super Rückrunde bis jetzt, in der Bundesliga zumindest, denn da konnte man eigentlich immer gewinnen, außer es ging eben gegen den FC Bayern München. Jetzt gibt man so ein Spiel gegen ein Tabellenschlusslicht mit 10 Leuten aus der Hand. Sie waren bereits in der ersten Hälfte nur noch zu 10, haben die ganze Zeit nur mit 10 Leuten gespielt. Man führt souverän 2 zu 0 und am Ende steht es 3 zu 3 und man weiß wahrscheinlich selber gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Das ist eine absolut bittere Situation, aber man ist es ja bei Borussia Dortmund gefühlt schon fast gewöhnt. Denn dann, wenn der FC Bayern München schwächelt, dann hat es Borussia Dortmund eigentlich immer in den letzten Jahren so gemacht, dass sie es einfach genauso gemacht haben. Und das ist natürlich kein Weg, um Meister zu werden. Man hätte heute wahrscheinlich die wichtigsten 3 der ganzen letzten Spiele der gesamten Saison holen können, denn man hätte mit dem FC Bayern München gleichziehen können. Dann hätte irgendwann mal ein kleiner Part sein Unentschieden vom FC Bayern München gereicht und so steht man jetzt genauso da wie vor diesem Spieltag. Und das ist eine gute Situation, 2 Punkte ab statt zum Tabellenführer, gar kein Ding. Aber wenn du gegen solch eine Truppe heute so verlierst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du am Ende der Saison eben nicht ganz oben stehst. Und so sieht es jetzt eben auch aktuell aus. Was sind eure Eindrücke zum Spiel? Was meint ihr? Ich bin ja wirklich maßlos enttäuscht über die Leistung von Borussia Dortmund, was man da defensiv veranstaltet hat. Das war einfach nichts. Aber aus Sicht eines Stuttgart-Fans muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut gespielt und gekämpft bis zum Schluss dran geblieben. Obwohl man eigentlich schon dreimal weg war, hat man hier alles gegeben. Eure Meinung, gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.